In der Stadt Magdeburg durfte sich der damalige Oberbürgermeister Hermann Beims verewigen. Heute steht hier die Mannschaft des 1. FC Magdeburg im Zuge des Aufstiegs in die 2. Fußball-Bundesliga. Und sie waren schon ganz gespannt, sich hier ins Goldene Buch eintragen zu dürfen. Die ersten Worte gebühren natürlich dem Oberbürgermeister der Stadt Magdeburg, das ist Dr. Lutz Trümper. So meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Fußballer, Trainer, alles vom Start. Kommen Sie alle etwas näher. Hier vorne in meine Richtung. Wir schweigen einen Moment. Wir haben, denke ich, gerade Ebene 7.30 Uhr, der MDR die Übertragung begonnen, die Übertragung ist alles live. Also wer nicht beim MDR zu sehen sein will, der begebt sich ganz nach hinten. Die anderen können nach vorne kommen. So, ich bitte jetzt mal einen Moment um Ruhe, dass die Gespräche eingestellt werden, nachher ist genügend Zeit, miteinander zu reden. Es ist für mich ein, und die Stadt natürlich auch, ein besonderer Moment, hier in dem Rathaus zum dritten Mal zu stehen und einer Fußballmannschaft des 1. FC Magdeburg sich ins Goldene Buch eintragen zu lassen. Das dritte Mal, das erste Mal 2015, als die Mannschaft in die dritte Liga aufgestiegen ist, damals in zwei Relegationsspielen, gegen Kickers Offenbach, wer sich noch erinnert. 2018, der erste Aufstieg in die zweite Liga, war noch das wunderbare Phänomen, dass wir damals ja 2001 so eine Future-Card entwickelt hatten, wer das auch erinnern kann, die wir sozusagen für 250 Euro verkauft hatten, um den FC Magdeburg zu retten. Die hatten dann damit auch das Recht erhoben, beim ersten Spiel der zweiten Liga mit dieser Karte Eintritt zu machen. Das haben wir auch eingehalten, das hat zwar lange gedauert, aber das haben wir auch eingehalten. Und jetzt kommt der dritte Aufstieg, und ich sage, ich bin darüber sehr, sehr froh, dass der erste FC Magdeburg das geschafft hat in diesem Jahr, und in einem Jahr geschafft hat, wo man sagen kann, vom ersten Spieltag eigentlich an, hat man gesehen, dass eine Mannschaft zusammengefügt worden ist, die wirklich eine Spitzenmannschaft war. Die vom ersten Spieltag an den Mannheim damals im ersten Ausgang gewonnen hat. Und dann natürlich von Sieg zu Sieg geeignet ist, und vor allen Dingen die Zuschauer hier im Stadion, die ja damals noch relativ im Linden kommen durften, weil die Corona-Anne wie uns Kieles vieles schöne Erlebnisse verhagelt hat, ein Spiel nach dem anderen gewonnen haben, und man hat gesehen, dass die Spielkultur, die seit Februar 2021 vom Trainer Tiet zu seiner gesamten Truppe sozusagen, die Mannschaft bei ihm auch gebraucht ist, dazu geführt hat, dass man im Stadion Fußballspielen gesehen hat. Richtig tolles Fußballspiel gesehen hat, was man in der Lage war, in der ARD Leib zu übertragen, wo man Spiele im Fernsehen anschauen konnte und dachte, das ist ja schon die zweite Liga, was da gespielt wird. Ganz tolle Spiele, ganz tolle Erfolge, und dass die Herzen der Magdeburger und der Umgebung natürlich Feuer schlagen lassen. Und jetzt haben wir das erste Mal gegen Zwickau die Situation gehabt, dass das Stadion fast voll war, 26.000. Aber wir haben ja am einen schon vergessen, 2018, 2019, das Stadion ausgebaut, bis auf 30.000 Zuschauer. Wir haben mal 10 Millionen investiert und 30.000 Zuschauer sozusagen das Stadion fit gemacht. Das wird jetzt in der zweiten Liga passieren können. Und das ist eine wunderbare Atmosphäre, die ein Stück weit auch die ganze Region mitnimmt. Und dafür sorgt, dass wir stolz sind, alle die gesamten Regionen auf den 1. FC Magdorgen, und damit uns freuen können, auf jeden Spieltag bei uns im Stadion. Das macht einfach unheimlich viel Spaß und macht auch Freude. Es gibt viele sozusagen, was die Sponsoren, was die Freude des Fußballs, dass alle Ehrenamtlichen dazu beitragen, dass der Fußball funktionieren kann, auch zurückgibt. Dann ist die Einheit sozusagen zwischen der Stadt, den Fußballklub, in wunderbarer Art und Weise gegeben. Das war für uns eine wunderbare Situation. Und ich freue mich natürlich auch, dass ich das noch erleben darf, den Aufstieg in die zweite Bundesliga und hier an Bord, dass er Sie einladen darf. Und darf Sie jetzt alle nacheinander, und jetzt machen wir das in folgender Einführung. Wir rufen jetzt die Spieler auf, die sich zuerst einrollen und reinfüllen, seid es hier genauso aufgekauft. Die Spieler stellen sich dann nachher auf der Bühne bitte auf. Und wenn alle Spieler durch sind, dann machen wir auch die ersten Bilder nochmal hier oben mit der Spieler und der Trainermannschaft. Und dann kommen alle dran, Präsidium, Aufsichtsrat, die bin ich hier vorne sozusagen vor, die sich aufzulegen, dann wendet ein schönes Gesamtbild auch. Also, seien Sie herzlich willkommen, herzlichen Gratulation, und ich freue mich schon an morgen Nachmittag, wenn ich da irgendwie wünsche gespielt werde, dass wir wieder große Freude haben werden. Und dann gehen wir ja noch das Lokalspiel zum 21. Dann ist erst noch, natürlich noch Pause. Die Pause war ja im Winter auch sehr groß, und man sich erholen kann. Urlaub machen, wenn man die Familie zusammen machen kann, wenn man sich erholen kann. Das alles sei Ihnen gegönnt. Und dann für Pracht zu tanken für die nächste Runde, die wir in den letzten Jahren mit so einer wunderbaren Mannschaft wie Hamburg, Bremen, Schalke. Da schauen wir, dass wir in den Überblick werden, dass wir in den ersten Liga aufsteigen. Also die großen Namen, die dann in der Bank bekommen werden, da werden wir uns alle ganz herzlich freuen. Herzlichen Dank an das Trainer-Team, an die Mannschaft. Alles Gute für die nächsten Monate. Diese Eintragung ins Gorn der Buche, die folgt einem ganz klaren Zeremonie. Und durch dieses führen jetzt Kerstin Gensch und Luisa Henneberg. Und der Bürgermeister, der Oberbürgermeister, der bleibt offensichtlich daneben stehen und schaut, ob das alle richtig eintragen. Baris Atik erfolgt anhässlich des Aufstiegs in die zweite Fußball-Bundesliga. Und ich bitte nach vorne. Baris Atik. Baris Atik, also der Drittliga-Rekord-Scorer, ist der Erste, der sich eintragen darf ins Gorn der Buche der Stadt Magdeburg. Und wurde hier begrüßt mit tosendem Applaus. Applaus Nach Leon Bellbell kommt Alexander Bittroff, der Vizekapitän und Innenverteidiger beim 1. FC Magdeburg. Wir sehen das große, breite Löcheln, das er hat. Kai Brönk ja fast noch gestolpert auf dem Weg zur Eintragung ins Gorn der Buche. Und wir würden uns gleich mal Alexander Bittroff schnappen. Alexander, sich in das Gorn der Stadt Magdeburg einzutragen, keine Sache, die man alltäglich tut, oder? Nicht alltäglich, für mich ist es das dritte Mal, weil in Krefeld und Cottbus war es auch schon mal der Fall. Ja, wir freuen uns alle tierisch auf diesen Moment, dass wir hier uns eintragen dürfen. Und das ist eine große Ehre. Hat Sie die Worte des Oberbürgermeisters mitgenommen? Ja, das sind ehrliche, wahre Worte, wie er unseren Lauf hier beschrieben hat. Und wir freuen uns alle darüber, dass wir hier sind dürfen. Draußen auf dem alten Markt, da stehen jetzt nicht ganz so viele Fans, wie man es wahrscheinlich gewohnt ist. Liegt wahrscheinlich auch ein bisschen an der Terminierung des heutigen Tages. Gut, wir können jetzt nicht die Meisterschaft feiern, wir können jetzt nicht den Pokal nach oben reißen, das können wir morgen machen und dann sind auch alle im Stadion dabei. Dankeschön, Alexander. Elvin Djokovic. Maximilian Franzke. Nico Arnazowski. Philipp Harrandt. Also Philipp Harrandt und Ole Hoch ist auch natürlich nicht da, weil die ausgeliehen sind. Deswegen, wir machen jetzt weiter mit Etatsui Aito, dem Winter Neuzugang. 1,63 Meter ist er und hat ja fünf Jahre auf sein Ligator wieder warten müssen, hat in Magdeburg diesen Fluch gesiegt und hat wieder das Tor getroffen. Florian Katt. Tobias Knost. Konor Kempick. Nuwak Kut. Moritz Onikor-Teng Benjamin Lee Neist Adrian Marakowski Andreas Müller Andreas Müller Andreas Müller Andreas Müller Andreas Müller Janine Wittmann Andreas Müller Finanzen Andreas Müller Gabriel Michal Philipp Reimann, Julian Reckmann, Hermann Ohröck. Das ist schön, wenn die Mitspieler so helfen, mir die Kollegen Ranzo und Tobias Müller. Hat sich das bewegt? Das ist natürlich eine Riesenehre für uns als Spieler, uns in das Buch einzutragen. Ich glaube, dass das auch jeder genießt. Sie haben dem Oberbürgermeister was mitgebracht? Wir haben aus der Mannschaft das Aufstiegsshirt überreicht. Ich habe es ihm überreichen können im Namen der Mannschaft. Vielleicht findet er einen Platz, wo er das aufhängen kann. Wie finden Sie diese Terminierung heute? Morgen müssen Sie gegen 1860 spielen und heute ohne alkoholischen Einfluss. Ja, das sollten wir jetzt auch mal schaffen. Wir haben auch einige Feierlichkeiten hinter uns und was uns noch bevorsteht. Morgen ist dann auch ein wichtiges Spiel. Ich glaube, ich muss Sie jetzt zum Foto entlassen. Danke. Da kommt da also der Aufstiegstrainer des ersten FC Magdeburg, der den FCM erst vor dem Abstieg bewahrt hat in der vergangenen Saison. Und dann dieses Jahr raketenhaft die dritte Liga bestimmt hat. Seit Spieltag Nummer 7 steht Magdeburg unangefochten an Tabellenspitze Nummer 1 und hat das bis zum Schluss gehalten. Deswegen gibt es morgen Tobias Müller, der Kapitän hat es ja auch schon gesagt, dann den Meisterpokal überreicht vom DFB-Präsident Bernd Neuendorf. Silvio Bankert Ich glaube, der Oberbürgermeister und Silvio Bankert haben gerade besprochen, dass er ja schon zum zweiten Mal, glaube ich, sich hier eintragen darf. Oder sogar zum dritten. Ganz die Lippen lesen konnte ich nicht, aber ich nehme mal an, dass es darum ging. Und André Kirjan. Es ist offensichtlich eine Stolperfalle eingebaut bei der Bühne. Da sind wir also André Kirjan, die rechte Hand von Christian Tietz, Co-Trainer beim 1. FC Magdeburg. Mannschaft ist durch, Trainer und Stab sind jetzt durch. Ich glaube, jetzt werden die Fotos gemacht. Die Bühne extra gebaut worden heute für diese Eintragung ins geurene Buch der Stadt Magdeburg. Weil man einfach aus den letzten Jahren gelernt hatte. Weil man gesagt hat, nee, das war uns dann doch hier zu voll, ehrlicherweise. Und das war dann Getümmel. Und da hat man die Spieler gar nicht richtig erkennen können. Und deswegen sind sie heute in die Höhe gestreckt worden durch diese Bühne. Ich möchte gut, bitte. Ich möchte gut, bitte. Dann bitte Kevin Wallichek. Das ist der Videoanalyst beim 1. FC Magdeburg. Also der Mann, der wirklich an jeden Tag die Videos aufnimmt. Damit Christian Tietz auf dieser Basis dann diese Videos auswerten kann und sich perfekt darauf vorbereiten kann. auf die Spiele. Philipp Rix. Das sind die beiden Physiotherapeuten. Dr. Stefan Wiegert. Dr. Stefan Wiegert. Dr. Stefan Wiegert. Dann könnte ich gleich mal versuchen, mich heranzuschleichen. Jetzt geht sie wieder hoch. Barisch war ein kleines Fitnessprogramm jetzt. Hoch, runter, hoch, runter. War ein kleines Fitnessprogramm. Ja, ja, aber es geht. Das müssen wir jetzt so akzeptieren. Deswegen passt alles. Als erster sich eintragen zu dürfen? Ist das eine Ehre? Ich glaube, es ging ja nur um die Namen. Wegen der Namen, genau. Wegen den Nachnamen. Artig ist hier, glaube ich. Ja, mein Name ist halt immer als erstes. War schon in der Schule so. Und hier ist es auch so gewesen. Aber ja, ist schön. Sind Sie vor solchen Terminen relaxed oder doch eher aufgeregt? Nein, eher relaxed. Ich meine, es gehört halt dazu, wenn man erfolgreich ist. Und deswegen passt es. Sehr schön. Dankeschön, Barisch. Zum Foto geht's. Es wird wieder eine neue Seite aufgemacht. Normalerweise würde ich aber jetzt erwarten, dass noch Aufsichtsrat und Präsidium sich auch eintragen dürfen. Mal gucken, wie die Stadt Magdeburg das regelt. Jetzt kommt erst mal Ottmar Schork, Geschäftsführer Sport mittlerweile beim 1. FC Magdeburg. Er hat ja als sportlicher Leiter hier den Umschwung gebracht. Und darf sich jetzt auch verewigen. Im Buch. Und er hat auch noch ein Geschenk dabei. Und er hat auch noch ein Geschenk dabei. Und er hat auch noch ein Geschenk dabei. Also ich wiederhole nochmal, falls es nichts zu verstehen war, im Namen der Mannschaft übergibt er jetzt ein Trikot an den Oberbürgermeister. Lutz Trümper mit den Ziffern hinten 2022 und natürlich allen Unterschriften vom Team vom 1. FC Magdeburg. Ich möchte nun Matthias Milo nach vorne. Matthias Niedung, der frisch gewählte Aufsichtsratsvorsitzender, der Mann, der die Fans vertritt beim 1. FC Magdeburg. Und seinen Vorgänger sehen wir jetzt da oben, Dr. Lutz Petermann. Immer noch im Aufsichtsrat, aber halt nicht mehr Chef. So, und ich würde jetzt schon den ersten Kameramann mal mit herausnehmen auf den Balkon, damit wir uns da schon einen guten Platz sichern, damit es auch gut übertragen wird hier bei Sport im Onsten im Livestream. Andreas Pedoccio Robert Weidemann Weidrich Robert Weidemann Wir hören es also, draußen wird schon gesungen, ist denn die Elbe immer noch dieselbe und wir treten schon mal heraus auf den Balkon. Kameramann Oliver folgt mir und wir gucken mal herunter, doch haben sich doch für Freitagabend schon ein paar Menschen zusammengefunden hier auf dem Alten Markt. Und gute Laune haben sie auch mitgebracht offensichtlich, jetzt warten wir darauf, dass die Spieler, Trainer, Aufsichtsräte und alle herausfinden hier auf diesem Balkon und dann empfangen werden. Heine Applaus Hebe! 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 Simone Borges als Mitglied des Präsidiums darf sich auch noch eintragen, natürlich ins geheune Buch der Stadt Magdeburg. Sie kandidiert ja hier auch als Oberbürgermeister und als Nachfolgerin von Lutz Trümper. Und die Stichwahl, die steht aber noch aus. Und ihr folgt Marius Sovislo, dieser Mann, der kennt natürlich auch das Gefühl, wie es ist, sich ins goldene Buch der Stadt Magdeburg einzutragen nach seinem Aufstieg. So, jetzt werden noch mal Fotos gemacht. Und das ist ein sehr wichtiger Punkt. Und das ist ein sehr wichtiger Punkt. Die Pressevertreter natürlich auch von möglichen Medien vertreten. Von der Bild-Zeitung, von der Volksstimme, von SRW, von Radio Brocken. Dass die Mannschaft auf den Balkon begehen kann. Und dass ich den Fans zeigen kann. Das ist ein ganz wichtiger Moment, dass die wirklich auch mitgenommen sind. Und heute schon seit zwei Stunden stehen da unter Osnabrück. Ihr müsst euch jetzt auf den Balkon begehen. So, wir haben es gerade gehört. Lutz Trümper hat die Mannschaft aufgefordert, auf den Balkon zu gehen. Weil die Fans ja schon seit ungefähr zwei Stunden darauf warten, dass die Mannschaft heraustritt. Und jetzt wird er gleich eintreten. Der Moment. Stadionsprecher Torsten Rohde steht noch parat und hat ein paar Flaggen. Torsten, was hast du denn hier vorbereitet? Ich gebe einfach nur mal unseren Spielern mal ein paar Fähnchen, damit die mal ein bisschen Fans einspielen dürfen. Das Gefühl bekommen. Na klar. Also cool. So, jetzt kommen sie. Tobias Müller vorneweg, der Kapitän. Und bekommt gleich natürlich eine Fahne in die Hand gedrückt. So, jetzt kommen sie jetzt wieder auf den Kopf, das er like hängt. So, jetzt kommen sie wieder auf den Kopf, der Herr St. Wir sehen, wie die Vogelperspektive aussieht. Wir sehen, wie die Vogelperspektive aussieht. Kameramann Olli gibt alles, damit wir auch sehen, wie die Vogelperspektive aussieht. Ich weiß nicht, ob man es gehört hat, aber der erste Fan hat schon gesagt, der Barisch, wir lieben dich. Er ist natürlich begehrt bei allen möglichen Vereinen. Die Fans hoffen, dass er seine Liebe für den 1. FC Magdeburg so weit entfacht hat, dass er auch hier bleibt in der kommenden Saison. Und das ist ein Spiel. Frenkie ist jetzt drauf. Ich versuche natürlich gleich mal, die ersten Gesprächspartner mir zu schnappen. Aber die Spieler, die stehen hier so dicht und wollen natürlich alle einen Blick erhaschen auf den Altenmarkt. Der Mann für die Tore von DRW war es anzustimmen hier, um ein bisschen Fahrt noch reinzubekommen. Der Mann für die Tore von DRW hat sich schon das eine oder andere Mal sehr gut bewiesen. Nicht nur als vorgesagt. Dankeschön. Wir bräuchten es nicht, dass wir alle zusammen haben. Kannst du das elektrieren? Schwer. Aber die hören doch auf dich. Ich versuche es mal. Jetzt legt Kai Brünker los. Achtung! Komm, mach mit! Mach piano! Hey! Bravo! End! Davon machst du jetzt! Perfekt! Moment! Danke! Anscheinend, ja! Einmal rumdrehen! Einmal rumdrehen! Einmal rumdrehen! Ich versuche mal in der Zwischenzeit, dass ich mir dann noch mal jemand schnappe. Warte! Vorher schaue ich! Hey! Lass erst alle da schauen, dann alle da! Hast du das? Hey! Schau mal alle da her! So, jetzt sollen alle erstmal auf die, von mir aus gesehen, rechte Seite des Balkons. Mal gucken, ob da alle hinpassen. Kleines Puzzle, kein blau-weißes Puzzle. Jetzt kommt also auch noch die Sonne heute raus und wärmt er den Rathausbalkon der Stadt Magdebock nochmal auf. So, und ich würde mir jetzt mal auf dem Weg zu meinem Kameramann Oliver, Luca Schuler, schnappen. Der gleich kommt. Erstmal machen wir das Foto, oder? Erstes Bild, das Bild hat Vorrang. Dann wird Luca Schuler noch mal nach hinten. Dirigiert von Andreas Müller, muss auch noch ein bisschen nach Größe geordnet werden. Ja! 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 Überragend! Ja! 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 Das ist derológische Region, das ist der Moment, das war ein bisschen fester. In der Woche ist das gut verheilt. Ja! Die Schwellung ist weg. Ich kann wieder alles sehen. Das war zwei Tage jetzt nicht ganz der Fall und ja, dem geht es wieder gut. Wie groß war der Schreck deinem Braunschweig? Ja! In dem Moment vielleicht für die Zusehenden oder für meine Familie ein bisschen mehr. aber für mich in dem Moment einigermaßen auszuhalten. Da war so viel Adrenalin dabei, dass es in dem Moment gar nicht so viel ausgemacht hat. Heute hier auf dem Rathauspalkon der Stadt Magdeburg mit der Eintragung ins Goldene Buch. Dann morgen gibt es den Meisterpokal vom DFB-Präsidenten höchstpersönlich Bernd Neuendorf. Hebt Sie das irgendwie nochmal an? Ist man da ein bisschen nervös? Boah, nervös nicht, aber man freut sich natürlich extrem drauf. Gerade auch morgen den Pokal endlich hochzuhalten, ich glaube, das ist schon eine Ehre. Das erlebt auf jeden Fall nicht jeder. Und morgen im eigenen Stadion das machen zu können. Unsere Fans ist auf jeden Fall was ganz, ganz, ganz Besonderes. Der DFB-Präsident, der kommt ja höchstpersönlich. Das ist auch eine schöne Sache, ja. Erlebt einmal das Magdeburger Stadion. Ja, da wird er auf jeden Fall morgen eine gute Stimmung erleben. Was kann denn 18,60 morgen von Ihnen erwarten? Ja, so wie die letzten Wochen und Monate auch. Vollgasleistung und wir wollen das Spiel gewinnen. Und ich bin auch sehr optimistisch, dass wir das morgen wieder machen. Dankeschön, Lukas Schüller. Ja, gerne. Mein Kollege Erold Popová, der sucht hier noch das perfekte Bild. Erold, ist es gelungen? Auf jeden Fall, mit dem Fischei schon. Hintergrund sieht man. Schöne Jungs. Ja, perfekt. Schönes Wetter. Passt also alles laut, Erold Popová. Natürlich heute noch mal genannt, die Terminfindung etwas schwierig, glaube ich, aufgrund von Urlauben. Deswegen der alte Markt heute nicht so gefüllt, wie man es vielleicht morgen hätte erwarten können. Oder auch kommende Woche nach dem letzten Spiel gegen Osnabrück. Aber ich denke, dass wir heute hier einen guten Einblick schon mal gewähren konnten. Ja, zum einen natürlich wegen des Eintrags in das Goldene Buch der Stadt Magdeburg. Und zum anderen natürlich die Ehrung durch die Fans hier auf dem Rathaus Balkon in Magdeburg. Wir sagen lieben Dank fürs Zuschauen und bis ganz bald hier bei Sport im Osten im Livestream. Ciao. Vielen Dank, die Mannschaft kommt jetzt runter aus. Das ist die alte Warte. Los, den Rathaus. Kommt die du vor, du bist der Knabblöde. Kommt. Wir gehen jetzt noch ein bisschen feiern. Genießen Sie das, was da unten ist. Wir sind ja noch heute noch nicht ganz so viel. Ich bin vielleicht mit dem Rathaus warm gewesen. Plötzlich sage ich noch mal Komplimente und alles Gute für die ganze Zeit. Das ist auch prima. Danke schön. Danke schön. Danke schön, Martin. Nee, wir haben beendet. Ja? Danke schön. 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 Vielen Dank. 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 Vielen Dank.